Mein Name ist Uli Fischer, bin seit 1983 in Berlin mit dem Entschluss, nichts mehr zu machen, was nicht mit Kunst zu tun hat. Vor dem habe ich Textildesign und Kunst studiert, in Hannover und Braunschweig. Das fängt eigentlich schon damit an, dass ich in der Malerei nie richtig zu Hause war und über das Experimentieren nicht hinausgekommen bin und wollte eigentlich mit wenigen Mitteln Räume erzeugen. Und mit dieser Pause, die dann entstanden ist in den Jahren, wo ich künstlerisch nicht mehr als Szenenbildner gearbeitet habe, sondern eher schwerpunktmäßig als Szenenbildner gearbeitet habe, bin ich auf meinen Reisen mit alten Stoffen zusammengekommen und habe die gesammelt. Das fing an erst mit traditionellen Stoffen, die jetzt die pure Beauty und das Handwerk, wo das vorne stand. Und hatte ein Erlebnis mit einem Ikat Stoff aus Sumba, der mich so beeindruckt hatte, dass ich dann die Insel besucht habe und dort eine Webart kennengelernt habe, die für mich neu war und damit verbunden auch sehen, dass diese Stoffe einen durchaus kultischen Zweck erfüllen. Zum großen Teil, es waren Beerdigungstücher, es waren Tücher für den ersten Zahnschliff, also die waren immer irgendwie besetzt. Und dann war das so ein Erlebnis, sodass ich anfing, auf meinen Reisen diese Stoffe zu suchen und die zu sammeln. Ich habe dann angefangen zu handeln mit den Stoffen und bin somit dann auf meinen ersten Stoff gekommen, der aus Japan kam. Das war ein Fragment eines Futons, der hatte eine irreguläre Form. Das war schon ein fertiges Bild und bin somit darauf gekommen, dass ich einen Rahmen hergestellt habe, der die Form des Stoffes hatte. Den habe ich mit Leinwand bestanden und dann kleben konnte man den Stoff nicht. Also ich bin das erste Mal dazu gekommen, dass ich genäht habe, also einen Stoff auf den Rahmen genäht habe. Und das war eigentlich der Auslöser für einen längeren Weg, den ich bis heute gehe. Diesen Stoff, den ich gefunden habe in Yogyakarta, in Java, den ich dann verfolgt habe nach Sumba und hatte dort mit den einfacheren Leuten Kontakte und habe dadurch auch erfahren, was für eine Bewandtnis und wie wichtig diese Stoffe für diese Leute waren. Ich habe dann auch gelernt zu unterscheiden, was jetzt echte Stoffe sind, weil es gibt auch gefälschte Stoffe, das muss man auch sehen. Es ist auch ein Markt, der bedient wird. Also es ist nicht alles wirklich echt, was man als alt findet. Man findet auch alte Stoffe, die auf alt gemacht sind. Ich habe erfahren, woran ich alte Stoffe erkennen kann und eins war wirklich so, dass gerade bei kultischen Stoffen, ich habe die Kraft gespürt, die Magie, die in den Stoffen ist. Und ich habe für mich das erste Mal gemerkt, dass ein Stoff nicht einfach nur ein Stoff ist, sondern dass man den auch aufladen kann, dass sie zum Teil auch aufgeladen sind. Das hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen und ich bin darüber dann auch eher zu alten Stoffen gekommen. Gar nicht mehr zu kultischen, sondern zu alten, gebrauchten Stoffen, die Spuren des Gebrauchs, das Leben widerspiegelten. Die Assoziation kam dann, okay, das ist im Grunde genommen das, was auch in der Malerei passiert, bei der Farbschichtmalerei, wenn ich versucht habe, der Leinwand einen Körper zu geben. Bei diesen alten Stoffen, die Patina, entsteht durch Zeitablagerung, wo Zeit für mich irgendwie auch eine Komponente geworden ist, die ich betrachtet habe. Und ich muss jetzt nicht ethnografische Arbeiten, die irgendwo ins richtige Licht stellen, sondern ich kann direkt mit dieser Kraft, die die Stoffe beinhalten, arbeiten. Es ist sicherlich immer so, dass ich mich in erster Linie an den Stoff orientiere, den ich finde und auswähle für mich. Das fängt an, dass der irgendetwas haben muss, was mich interessiert, dem ich nachgeben könnte und kaufe den dann. Das ist zum Beispiel so eine Arbeit, da gibt es so viele Patches und da sind so viele verschiedene Formen und Stellen drin, wo ich dann wirklich anfange zu komponieren und bringe es auf ein Format, was auch wieder abhängig ist von dem Stoff. Ich habe die Stoffe so verwandt, wie sie kamen und habe eben versucht, auch mit den Formen zu arbeiten und mit den Größen zu arbeiten, was sie hergeben. Und im Vergleich dazu gibt es eine andere Angehensweise wie bei Rising Spirit. Das war ein Hanftuch, da war nichts drauf, das war Uni. Es war ein Furoshiki, ein Bündeltuch, wo man Sachen eingepackt hatte. Und diese Spuren, die haben sich in der Mitte, im Zentrum konzentriert zu einem löchrigen und feinfaserigen Ballkreis. Assoziation, die das ganze Tuch auslöst, habe ich das verstärkt und versucht, irgendwie doch da eine Spannung und eine Bewegung reinzubringen, wo jeder seine eigenen Assoziationen freien Lauf lassen kann. In der Zeit, als ich Masse gemacht habe, war eine Anhäufung von Katastrophen in der Luft. Also es waren Waldbrände in Russland, es waren Überschwemmungen und es gab zu der Zeit auch die Love Parade in Duisburg, wo diese Massen zusammenkamen. Und daher kommt die Masse. Und eben halt auch mit dem bekannten Ausgang von mehreren Toten. Die Intention war, dass ich dieses, was sich auf dem Tuch abspielt, dieser Abrieb und aber auch dieses Verschossene, durch Lichteinfall, verblasste. Und eben die Patina, die auf dem Stoff sich befindet, wollte ich umkehren. Ich wollte über diese Masse auch eine Patina legen. Wie bei den Tüchern auch, da weiß man auch nicht, was passiert ist mit dem Tuch oder wer es irgendwie misshandelt oder behandelt hat. Und so wollte ich das mit diesen erlebten Bildern auch machen. Die kennen wir alle, was wir so wegdrücken und was wir wegschieben und nicht richtig hingucken. Und deswegen dieser Schleier darüber, was auch wenig erkennen lässt von dem, was da drunter ist. Aber wenn man sich die Mühe machen würde, dann würde man verschiedene Sachen erkennen. Und das zieht sich eigentlich auch weiter in Arbeiten rein, dass ich in vielen Arbeiten so eigene Geschichten für mich erlebe, die sonst niemand weiß und die auch nicht wichtig sind. Aber wichtig sind schon im Sinne von, ich lade diese Dinge auch auf.